Jede Woche neue Hörbücher auf unserem Kanal. Abonnieren Sie unseren Kanal, klicken Sie auf die Glocke und erzählen Sie Ihren Freunden von uns. Unter unseren Abonnenten verlosen wir wertvolle Geschenke. Für Details sehen Sie die Beschreibung. Teil 1 Hashimoto-Thorioiditis verstehen Wissen bietet die Chance zur Veränderung. Claire Fagan Grundwissen zur Schilddrüse Was ist eine Schilddrüse? Die Schilddrüse ist ein schmetterlingsförmiges Organ. Sie liegt im Hals unterhalb des Adamsapfels. Die von ihr gebildeten Hormone beeinflussen die Funktion fast aller Organsysteme des menschlichen Körpers. Die Schilddrüsenhormone haben die äußerst wichtige Aufgabe, den Stoffwechsel zu stimulieren, sowie aus der Nahrung, die wir zu uns nehmen, Vitamine zu gewinnen und Energie zu produzieren. Weiterhin sind sie für die Bildung anderer Hormone sowie für das Wachstum und die Entwicklung unseres Nervensystems lebenswichtig. Die Schilddrüse wird auch als Thermostat des Körpers bezeichnet, da sie für eine gleichmässige Körpertemperatur sorgt. Indirekt beeinflusst sie somit jede Reaktion im menschlichen Körper, da diese Reaktionen nur ablaufen können, wenn die Temperatur stimmt. Bildung von Schilddrüsenhormonen Die Schilddrüse besitzt viele kleine Hohlräume, die sogenannten Follikel, die mit Thyroglobulin, manchmal auch als Kolloid bezeichnet, gefüllt sind. Es wird von einer Epithelzellschicht, den Thyriozyten, gebildet. Sie enthalten die Aminosäure Thyrosin, den Ausgangsstoff für die Synthese der Schilddrüsenhormone. Thyroglobulin dient als Materialspeicher der Schilddrüse, auch für Jod. Das aus der Nahrung gewonnene Jod kreist im Blut und wird in die Schilddrüse aufgenommen. Dort muss es durch Oxidation in eine für den Körper verwertbare Form umgewandelt werden. Das Enzym Schilddrüsenperoxidase, TPO, wandelt Jodid in das aktive Jod um, wobei als Nebenprodukt Wasserstoffperoxid entsteht. Das reaktionsfähige Jod kann sich nun an andere Substanzen binden. Im Thyroglobulin bindet es in einem als Jodierung bezeichneten Prozess an das Thyrosin. Bei der Jodierung bildet jedes Tyrosin-Molekül mit einem oder zwei Jodatomen, Mono-Jod-Tyrosin, TJ bzw. Diod-Tyrosin, T2. Diese verbinden sich dann zu Tri-Jod-Tyronin, T3, also Thyroglobulin mit drei Jodatomen, bzw. Thyroxin, T4, mit Thyroglobulin mit vier Jodatomen. Von diesen vier jodierten Molekülen gelten nur T3 und T4 im Körper als biologisch aktiv. Die biologische Aktivität von Thyroxin, T4, das jedoch als Prohormon bekannt ist, ist um 300 Prozent geringer als die von T3. Tri-Jod-Tyronin, T3, ist also das hauptsächliche biologisch aktive Schilddrüsenhormon. Diese Hormone werden in den Schilddrüsenfollikeln gespeichert. 20 Prozent des T3 werden von der Schilddrüse ausgeschüttet, sezerniert. Die restlichen 80 Prozent stammen aus der Umwandlung von T4 in T3, dem sogenannten Dejodierungsprozess, bei dem ein Jodatom entfernt wird. Dieser findet in den peripheren Organen wie der Leber und den Nieren statt. Für den Dejodierungsprozess ist Zink erforderlich. Die Hormonausschüttung wird über einen Regelkreis gesteuert. Ein niedriger Spiegel von T3 und T4 führt zur Freisetzung von TSH, Thyrioidea-stimulierendes Hormon. Ein hoher Spiegel stoppt sie. Bei Menschen mit normaler Schilddrüsenfunktion kann der TSH-Spiegel schwanken, wenn zwischenzeitlich mehr Schilddrüsenhormone gebraucht werden, z.B. bei Stress, Krankheit, Schlafmangel, Schwangerschaft oder niedrigen Temperaturen. Schilddrüsenhormonstörungen Man kann sie in Störungen einteilen, die auf der ungenügenden Bildung von Schilddrüsenhormonen beruhen, d.h. einer Hypothyreose und solchen, zu denen es aufgrund einer Überproduktion von Hormonen kommt, also einer Hyperthyreose. Hypothyreose – Unterfunktion Zu den häufigeren Symptomen einer Hypothyreose, eines Mangels an Schilddrüsenhormonen, gehören eine Verlangsamung des Stoffwechsels, die zur Gewichtszunahme führt, sowie Vergesslichkeit, Frieren bzw. Kälteintoleranz, Depressionen, Müdigkeit, trockene Haut, Verstopfung, Antriebsschwäche, Haarausfall, Muskelkrämpfen, Steifigkeit, Gelenkschmerzen, Verlust des äußeren Drittels der Augenbrauen, Zyklusstörungen, Unfruchtbarkeit und Schwäche. Jodmangel vs. Hashimoto-Tyreoiditis Stehen zu wenig Bausteine für Bildung von Schilddrüsenhormonen zur Verfügung – Jod, Selen, Zink, Tyrosin – signalisiert Thyreoidea stimulierendes Hormon die Bildung von zusätzlichen Thyreoperoxidase, damit das gespeicherte Jod in die für den Körper nutzbare Form umgewandelt wird. Dabei kommt es auch zur Bildung von Wasserstoffperoxid. Ist nicht ausreichend Jod vorhanden, kommt es zu einer Vergrößerung der Schilddrüse, denn der Körper versucht die Produktion von Schilddrüsenhormonen zu erhöhen, indem er den Jodmangel durch die Vergrößerung der Schilddrüsenzellen kompensiert. Das Ergebnis nennt man Kropf. Ein Jodmangel kann zu einer Unterfunktion der Schilddrüse führen und ist die Hauptursache von Hypothoriose und Kropfbildung in vielen Entwicklungsländern. In den Vereinigten Staaten und vielen europäischen Ländern, die Salz und andere Nahrungsmittel mit Jod anreichern, ist nicht der Jodmangel, sondern die Hashimoto-Tyreoiditis die Hauptursache einer Hypothoriose. Tatsächlich ist die Hashimoto-Tyreoiditis für 90% aller Hypothoriose-Fälle in den USA verantwortlich. Andere Ursachen sind die Stumme oder Schmerzlose sowie die Postpartale nach einer Geburt auftretende Schilddrüsenentzündung, die beide mit einer Antikörperbildung einhergehen, bei denen sich aber die Schilddrüsenfunktion von selbst wieder normalisiert und die Antikörper verschwinden. In manchen Fällen kann es daraufhin viele Jahre später zu einer Hashimoto-Tyreoiditis kommen. Eine Stumme-Tyreoiditis ist mit jahreszeitlich bedingten Allergien, Virusinfektionen und kräftiger Nackenmassage in Verbindung gebracht worden. Der Auslöser für die Postpartale-Tyreoiditis ist die Schwangerschaft. Möglicherweise sind diese beiden Probleme Beispiele für den Beginn einer Autoimmunreaktion, die erlischt, sobald die Auslöser beseitigt werden. Haben Sie eine vergrößerte Schilddrüse? Werfen Sie einen Blick auf Ihren Hals. Sie können Ihre Schilddrüse mit einem Handspiegel und einem Glas Wasser selbst untersuchen. Sie liegt am Halsansatz unterhalb des Adamsapfels. Erstens, schauen Sie sich im Spiegel die Halsregion an, die unterhalb des Adamsapfels und direkt über dem Schlüsselbein liegt. Verwechseln Sie den Adamsapfel nicht mit der Schilddrüse. Sie liegt weiter unten. Zweitens, Sie schauen immer noch in den Spiegel, neigen Ihren Kopf nach hinten und trinken Wasser aus Ihrem Glas. Drittens, beobachten Sie den Hals beim Schlucken. Achten Sie dabei auf Vorwölbungen beim Schlucken. Viertens, sehen Sie welche, haben Sie eventuell eine vergrößerte Schilddrüse oder Knoten in der Schilddrüse. Hyperthyreose Die Hyperthyreose, wenn also zu viele Schilddrüsenhormone gebildet werden, wirkt stimulierend. Zu den klassischen Symptomen gehören Gewichtsabnahme, Herzklopfen, Angstzustände, Exoptalamus, hervortretende Augäpfel, Zittern, Reizbarkeit, Menstruationsbeschwerden, Müdigkeit, Hitzeintoleranz und vermehrter Appetit. Die Patienten haben oft Haarausfall. Eine Hyperthyreose wird meist durch eine verwandte Autoimmunerkrankung, den Morbus Basedo, verursacht. Dabei liegen Antikörper gegen die Thyreoidea stimulierendes Hormonrezeptoren vor. Ein Basedo kann sich manchmal zu einer Hashimoto-Thyreoiditis und umgekehrt entwickeln. Beide Erkrankungen scheinen eng verwandt zu sein. Hashimoto-Thyreoiditis Dabei handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der es zur Zerstörung der Schilddrüse kommt. Die Schädigung führt schließlich zu einer unzureichenden Bildung von Schilddrüsenhormonen, einer Hypothyreose. In den USA ist die Hashimoto-Thyreoiditis mit 90% aller Fälle die häufigste Ursache einer Hypothyreose. Die Hashimoto-Thyreoiditis ist auch unter den Namen chronische Thyreoiditis, lymphozytäre Thyreoiditis, lymphadenoider Kropf und neuerdings Autoimmunthyreoiditis bekannt. Zum ersten Mal wurde sie 1912 von dem japanischen Arzt Hakuro Hashimoto beschrieben, der sie zuerst als Struma Lymphomatosa bezeichnete. Die Hashimoto-Thyreoiditis beginnt meist mit einer allmählichen Vergrößerung der Schilddrüse, die manchmal vom Patienten festgestellt werden kann, wenn er seinen Hals selbst abtastet. Sie kann von Heiserkeit und Atembeschwerden begleitet sein. Gelegentlich besteht eine Schmerzempfindlichkeit des Organs. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Neuigkeiten zu verpassen und an der Verlosung teilzunehmen. Steht der Zerstörungsprozess der Drüse noch am Anfang, kompensiert der Körper und bildet mehr Hormone, sodass der Hormonspiegel im Normbereich bleibt. Der betreffenden Person können aber bereits erste Symptome einer Hypothoriose auffallen. Bei manchen Patienten zeigt sich eventuell nur eine milde Form der Unterfunktion. Bei anderen kann dagegen eine Thyreotoxikose, zu viele Schilddrüsenhormone, vorliegen. Dieses Anfangsstadium wird als subklinische Hypothoriose bezeichnet und durch einen erhöhten Wert von Thyreoidea stimulierendes Hormon, TSH, aber normale T3- und T4-Werte definiert. Wenn im Laufe des fortschreitenden Prozesses immer mehr Schilddrüsengewebe zerstört wird, verliert die Schilddrüse ihre Kompensationsfähigkeit und der Spiegel der Schilddrüsenhormone sinkt. Schließlich kann die Schilddrüse gar keine Hormone mehr bilden, atropische Thyreoiditis. Dies gilt dann als Endphase der Hashimoto-Thyreoiditis. Bei Hashimoto können zwei Arten von autoreaktiven Antikörpern beobachtet werden. Mehr als 90% der Menschen mit einer Hashimoto-Thyreoiditis haben Schilddrüsenperoxidase-Antikörper, TPO-AK, und etwa 80% haben Thyreoglobulin-Antikörper, TG-AK. Prävalenz Von einer Hashimoto-Thyreoiditis sind bis zu 10% der US-Bevölkerung betroffen und die Häufigkeit nimmt mit dem Alter zu. Es erkranken vorwiegend Frauen. Das Verhältnis zur Erkrankung von Männern beträgt 7 zu 1. Hormonschwankungen tragen eventuell zur Entwicklung der Erkrankung bei, wobei Spitzenwerte in der Pubertät, in der Schwangerschaft und in der Menopause zu beobachten sind. Bei bis zu 20% der Frauen können Schilddrüsenperoxidase-Antikörper vorliegen, die für Hashimoto bezeichnend sind. Die Krankheit scheint bei weißen Frauen und Japanerinnen häufiger vorzukommen als bei Menschen afrikanischer oder mexikanischer Abstammung. Veränderungen der Schilddrüse Die Zellzerstörung einer von Hashimoto betroffenen Schilddrüse wird unter dem Mikroskop als Ansammlung von Leukozyten, weißen Blutkörperchen und vernarbtem Schilddrüsengewebe sichtbar. Die Zellen der Schilddrüse sind leicht vergrößert. Dagegen ist das Thyreoglobulin, das in der Regel vorhandene Reservoir der Schilddrüsenhormone und anderer Rohmaterialien für die Hormonbildung deutlich geschrumpft. Ein Ultraschall der Schilddrüse zeigt meist eine vergrößerte Drüse von normaler Beschaffenheit und die Reflexion der Ultraschallwellen ist charakteristisch gering. Echoarme Drüse, das heißt, die Festigkeit des Gewebes ist geringer und gummiartiger geworden. Diese Veränderungen finden sich an der ganzen Drüse. Hashimoto-Patienten können sowohl Symptome einer Hypothyreoten als auch Symptome einer Hyperthyreoten-Schilddrüse zeigen, da die Hormone infolge der Zerstörung der Schilddrüsenzellen in den Blutstrom freigesetzt werden. Dies führt zu einem toxischen Schilddrüsenhormonspiegel im Körper, der auch als Thyreotoxikose oder Hashitoxikose bezeichnet wird. Schließlich verarmen die Hormonspeicher und neue Hormone können aufgrund der Zellzerstörung nicht mehr in ausreichender Menge gebildet werden. Von diesem Zeitpunkt an entwickelt sich die Hypothyreose. Komplikationen Ein Viertel der Patienten können körperliche Symptome wie Brustschmerzen und oder Gelenkschmerzen bekommen. Menschen mit einer Hypothyreose haben auch ein höheres Risiko, von einer Herzerkrankung betroffen zu sein. Im Vergleich zu Menschen, die keine Hypothyreose haben, besteht bei Hashimoto-Patienten eine um das Dreifache erhöhte Wahrscheinlichkeit, an Schilddrüsenkrebs zu erkranken. Schwangerschaft Leider haben Frauen mit einem positiven Enzym Schilddrüsenperoxidase-Antikörperbefund, ein erhöhtes Risiko für Fehlgeburten. Und Frauen, die während der Schwangerschaft eine hypoaktive Schilddrüse haben, laufen Gefahr, ein geistig behindertes Kind zur Welt zu bringen. Das Schilddrüsen-Screening gehört nicht zu den frühen Vorsorgeuntersuchungen. Sie werden in den USA erst später gemacht. Daher entdecken viele Frauen eine Hashimoto-Thorioditis erst dann, wenn sie wiederholte Fehlgeburten haben. Von einer Remission, bei der auch der Kropf, die Schilddrüsenunterfunktion und die Serum-Antikörper verschwinden, ist bisher nur während einer Schwangerschaft berichtet worden, allerdings mit einem Rückfall nach der Entbindung. Meist sinkt der Antikörpertiter während der Schwangerschaft. Man hat auch schon festgestellt, dass es schwangerschaftsbedingt zu einer Hashimoto-Thorioditis sowie zur schon erwähnten Postpartalen-Thorioditis kommen kann, die in 80% der Fälle sich nach einer gewissen Zeit wieder zurückbildet, sich in den restlichen 20% aber zu einer Hashimoto-Thorioditis entwickelt. Es gibt eine genetische Prädisposition für Hashimoto und eine Tendenz innerhalb von Familien. Daher besteht für Verwandte von Hashimoto-Patienten ein Risiko. Die Krankheit kann in zwei Varianten auftreten. In organzehrender, atropischer Form, die mit dem erblich erworbenen Gewebsantigen HLA-DR3 einhergeht und als vergrößerte Schilddrüse, Kropfform, durch das erblich erworbene Antigen HLA-DR5. Diese Gewebsantigene sind in der weißen Bevölkerung sehr verbreitet. Zu den gängigen umweltbedingten Auslösern bei genetisch prädisponierten Menschen gehören die Jodzufuhr, bakterielle und virale Infektionen, Hormonschwankungen, Toxine sowie eine Therapie mit bestimmten Arten von Medikamenten. Das Zigarettenrauchen geht überraschenderweise mit einem verminderten Hashimoto-Risiko einher. Interessant ist, dass bei Hashimoto-Betroffenen nur 50% der eineigen Zwillinge Schilddrüsen-Antikörper aufweisen. Das bedeutet, dass nicht die Gene allein der Weisheit letzter Stuss und umweltbedingte Auslöser extrem wichtig sind. Vergesellschaftete Erkrankungen Eine Hashimoto-Tyroiditis kann mit anderen Autoimmunerkrankungen wie Diabetes mellitus vom Typ 1, Multiple Sklerose, Rheumatoider Arthritis, Zöliakie, Lupus erythematodes, Morbus Edison, Perniziöser Anämie und Hypoparathyroidismus, einer Unterfunktion der Nebenschilddrüsen, einhergehen. Polyglonduläres Autoimmunsyndrom ist ein medizinischer Fachbegriff, der beschreibt, dass ein Mensch an zwei oder mehr Autoimmunerkrankungen leidet. Diagnose Untersuchungen zur Hashimoto-Diagnostik Zur Diagnose einer Hashimoto-Tyroiditis zieht man Ultraschall- sowie Blutuntersuchungen heran. Es gibt Labortests, die die Schilddrüsenfunktion und Autoimmunmarker der Schilddrüse überprüfen. Bei einer unbehandelten, fortgeschrittenen Hashimoto-Tyroiditis würden sich ein erhöhter TSH-Wert und niedrige T3- und T4-Werte im Blut zeigen. Außerdem werden bei den meisten Hashimoto-Fällen auch Schilddrüsen-Antikörper gefunden. Screening-Test Die Untersuchung des Thoreoidea-Stimulierendes Hormons, TSH, wird als Screening-Test zur Überprüfung der Schilddrüsenfunktion gemacht, jedoch werden dadurch nicht immer Auffälligkeiten entdeckt. Der TSH-Wert ist nicht dauerhaft erhöht, wenn die Hashimoto-Tyroiditis noch nicht im fortgeschrittenen Stadium ist. Daher können Menschen viele Jahre einen normalen TSH-Wert haben und trotzdem unter unangenehmen Schilddrüsen-Symptomen leiden. Sie klagen bei ihren Ärzten über Gewichtszunahme, Müdigkeit und andere typische Symptome und müssen sich jedoch sagen lassen, dass ihre Schilddrüsenwerte völlig unauffällig sind. Der TSH-Wert kann tageszeitlichen Schwankungen unterliegen und der Körper kompensiert das oft, indem er die Energie vom Stoffwechsel und anderen Körperfunktionen abzieht, solange er das kann. Daher werden viele hypothyreose-Fälle von diesem Test gar nicht erfasst. Schlussendlich führt eine unbehandelte Schilddrüsenunterfunktion aber immer zu einem abnormal erhöhten TSH-Wert. Im Gegensatz dazu kommt es bei einer unbehandelten Schilddrüsenüberfunktion zu einem niedrigen TSH-Wert. Bei einem Hashimoto-Patienten können die Werte zwischen diesen beiden Extremen schwanken, aber immer noch in der normalen Bandbreite liegen. Das kommt daher, dass bei einem niedrigen Schilddrüsenhormonspiegel TSH freigesetzt wird, damit der Körper diesen Mangel durch die Bildung zusätzlicher Hormone ausgleichen kann. Die Freisetzung von TSH signalisiert dem Körper, dass er mehr Wasserstoffperoxid bilden soll. Zur Bildung von Schilddrüsenhormonen ist Jodid aus der Nahrung erforderlich, das zu Jod oxidiert werden muss und an Tyrosin binden kann, um das Hormon zu bilden. Für diese Umwandlung ist Wasserstoffperoxid erforderlich, eine reaktionsfreudige Form des Sauerstoffs, die, sofern nicht genügend Antioxidantien vorhanden sind, zu Gewebeschäden führen kann. Glutationperoxidase ist das für die Neutralisierung des Wasserstoffperoxids verantwortliche Antioxidans. Selen ist ein Bestandteil davon und wird für die ordnungsgemäße Funktion der Schilddrüse benötigt. Die meisten Schulmediziner nutzen das TSH-Screening zur Feststellung einer Schilddrüsenstörung. Das kann jedoch sehr oft irreführend sein, weil die zirkulierenden Hormone zu unterschiedlichen Zeiten schwanken können, bei Hashimoto-Patienten zum Beispiel zwischen hohen und niedrigen Werten. Hinzu kommt noch, dass für die Berechnung der Bandbreite innerhalb derer die TSH-Werte als normal und damit gesund gelten, unbeabsichtigterweise auch die Werte vieler älterer Menschen und von Menschen mit bereits beeinträchtigter Schilddrüsenfunktion herangezogen wurden, was zu einem übermäßig breiten Referenzbereich führte. Infolgedessen werden Menschen mit einer bereits bestehenden Unterfunktion aufgrund dieses verzerrten Referenzbereiches oft als unauffällig diagnostiziert. In den letzten Jahren wies The National Academy of Clinical Biochemists, zu Deutsch etwa Staatliche Akademie klinischer Biochemiker, darauf hin, dass 95% der Menschen, die keine Schilddrüsenerkrankung haben, TSH-Werte von unter 2,5 Mikrointernationalen Einheiten pro Milliliter aufweisen. Und das American College of Clinical Endocrinologists, amerikanische Akademie klinischer Endokrinologen, legte einen neuen Referenzbereich von 0,3 bis 3,0 Mikrointernationalen Einheiten pro Milliliter fest. Die meisten Labore haben diesen Normbereich jedoch auf den Befunden, die sie an die Ärzte weiterleiten, noch nicht angepasst, sodass er weiterhin bei 0,2 bis 8,0 Mikrointernationalen Einheiten pro Milliliter liegt. Die Referenzbereiche schwanken je nach Labor und Land. In Deutschland liegt der gängige Normbereich bei 0,3 bis 4,0. Die meisten Ärzte schauen sich ohnehin nur Werte an, die vom normalen Referenzbereich abweichen und sind mit den neuen Richtlinien häufig noch nicht vertraut. Viele Ärzte übersehen so Patienten mit einem erhöhten TSH-Wert. Das ist einer der Gründe, warum sich Patienten von ihrem Arzt immer eine Kopie der Laborergebnisse geben lassen sollten. Behandler, die nach den Richtlinien der funktionellen Medizin vorgehen, haben den normalen Referenzbereich für einen gesunden Menschen, der keine Schilddrüsenmedikamente einnimmt, noch einmal gesenkt und auf Werte zwischen 1,0 und 2,0 Mikrointernationalen Einheiten pro Milliliter festgelegt. Man muss bedenken, dass der Referenzbereich unter Umständen nicht auf alle Patienten anwendbar ist. Was für den einen Menschen normal ist, ist es für den anderen vielleicht nicht. Referenzbereiche berücksichtigen die Durchschnittswerte von 95 Prozent der Bevölkerung. Damit fällt nicht jeder in den Normbereich. Wenn sie zu den restlichen 5 Prozent gehören, bleiben sie vielleicht unter Symptomen einer Hypo- oder Hyperthyreose bei TSH-Werten, die als normal gelten. Allen Klinikern wird das alte Sprichwort beigebracht, dass sie den Patienten und nicht die Laborwerte behandeln sollen. Aber leider scheinen sich viele Schulmediziner nicht an diesen Rat zu halten. Selbst bei den neu definierten Normbereichen erfasst das TSH-Screening nur Patienten im Spätstadium von Hashimoto, da der Körper in den Anfangsstadien der Schilddrüsenfehlsteuerung noch in der Lage ist, den Mangel zu kompensieren. Messung der Hormonwerte T4, Tyroxin und T3, Triodthyronin, sind die hauptsächlichen Schilddrüsenhormone. T4 ist als Prohormon bekannt und, wie bereits erwähnt, um 300 Prozent weniger biologisch aktiv als T3. Das wichtigste biologisch aktive Schilddrüsenhormon ist T3. Es gibt zwei Arten, die Schilddrüsenhormone zu untersuchen. Man kann ihren Gesamthormonspiegel im Körper messen, doch dadurch wird die genaue Situation nicht korrekt abgebildet. Besser ist die Messung der freien Hormone. Diese Werte spiegeln die tatsächlich für die Aufgaben im Körper zur Verfügung stehenden Mengen wider. Aus diesem Grund wird die Bestimmung des freien T4, FT4 und des freien T3, FT3 empfohlen. Manche Ärzte bestimmen nur Tyroxin, T4, doch Triodthyronin, T3, ist ebenfalls wichtig, da bei nicht wenigen Patienten die Umwandlung von T4 in das aktive T3 nur mangelhaft funktioniert. Ihr T4 ist vielleicht normal, doch T3 ist zu niedrig, man nennt dies Konversionsstörung. Die Untersuchung auf reverses Triodthyronin, RT3, zeigt, wie viel freies aktives Triodthyronin, FT3, überhaupt in der Lage ist, an die Schilddrüsenrezeptoren zu binden. Das RT3 wird in Stresssituationen gebildet und bindet an die Schilddrüsenrezeptoren, doch es blockiert sie, anstatt sie zu aktivieren. Kann man T3 als Stoffwechselbeschleuniger beschreiben, so gilt RT3 als Stoffwechselbremse. Die wichtigsten Untersuchungen bei Hashimoto Empfohlene Schilddrüsenfunktionstests In den meisten Fällen zeigen die Blutuntersuchungen bei einer Hashimoto-Tyroiditis zwei Arten von Antikörpern. Der Schilddrüsenperoxidase-Antikörper, TPO-AK, ist der häufigste Antikörper und oft werden auch noch Antikörper gegen Thyroglobulin, TG-AK, gefunden. Diese können schon Jahrzehnte vor auffälligen TSH-Werten auftreten. Aus diesem Grund ist das TPO-Antikörper-Screening bei Verdacht auf eine Schilddrüsenerkrankung in jedem Fall ganz besonders wichtig. Fehldiagnose Da viele Schilddrüsen-Symptome sehr unspezifisch sind, werden die Anfangsstadien von Ärzten oft ignoriert. Patienten mit Depressionen, Stress- oder Angstzuständen werden wieder nach Hause geschickt. Schilddrüsenpatienten werden Antidepressiva oder Anxiolytica, angstlösende Medikamente, verschrieben, ohne dass man sich um die Funktion ihrer Schilddrüse kümmert. Medizinische Studien ergaben, dass es Patienten, bei denen Antidepressiva keine Wirkung zeigten, besser ging, sobald sie ein T3-Präparat einnahmen, in den USA zum Beispiel Zytomel, im deutschsprachigen Raum zum Beispiel Tybon. Manche wurden sogar stationär eingewiesen, wo man sie mit einer bipolaren Störung, früher als manisch-depressiv bezeichnet, oder Schizophrenie fehldiagnostizierte, obwohl sie in Wirklichkeit unter Hormonschwankungen der Schilddrüse litten. Des Weiteren stellte man bei Menschen mit einer bipolaren Störung, mit Depressionen sowie Angststörungen ein häufigeres Vorkommen von Schilddrüsen-Antikörpern fest. Und um das Problem noch zu verkomplizieren, stört das bei bipolaren Störungen eingesetzte Medikament Lithium den Schilddrüsenstoffwechsel und kann Hashimoto auslösen. Ein hoher TPO-Antikörper-Titer ist mit Distress, dem im Gegensatz zum Eustress negativen Stress, Symptomen von Zwangsverhalten und Angstzuständen in Verbindung gebracht worden. Das resultiert wahrscheinlich daraus, dass vermehrt Schilddrüsenhormone ins Blut gespült werden, die eine vorübergehende Hyperthyreose verursachen. Jeder, der schon einmal Symptome einer Hyperthyreose hatte, kann beschreiben, wie schrecklich man sich dabei fühlt. Wer unter Angstzuständen, Depressionen oder affektiven Störungen leidet, sollte unbedingt seine Schilddrüsenfunktion überprüfen lassen, insbesondere auch die TPO-Antikörper. Bei manchen Menschen mit einer lebenslangen psychiatrischen Diagnose kam es nach der richtigen Schilddrüsenbehandlung zur Genesung. Prognose Nach Aussage der meisten Endokrinologen ist die Entwicklung von der eutyrioten Schilddrüse, normale Hormonspiegel, zur Hypothyreose unumkehrbar und endet mit der völligen Zellzerstörung der Drüse. Berechten zufolge kam es jedoch bei 20% der Patienten zu einer spontanen Normalisierung der Schilddrüsenfunktion. Bei diesen Menschen kommt es auch nach Absetzen der Hormonersatzpräparate zu einer normalen Schilddrüsenfunktion. Studien zeigen, dass die geschädigte Schilddrüse nach Beendigung des Immunangriffs zur Regeneration in der Lage ist. Bei Ultraschalluntersuchungen sieht man normales Schilddrüsengewebe, das sich regeneriert hat, und der Test auf TPO-Antikörper fällt negativ aus. Diese Regeneration kann bei erwachsenen Patienten oft übersehen werden, denn man nimmt an, dass die Hypothyreose lebenslang erhalten bleibt. Meist werden die Antikörper- und Ultraschalluntersuchungen nach der ersten Diagnose nicht wiederholt. Außer der Ultraschall- und der TPO-Antikörperuntersuchung kann ein sogenannter TRH-Stimulationstest durch Verabreichung von TRH, Phyreoidea-Releasing-Hormon, gemacht werden, der zu einem Anstieg von T3 und T4 führt, wenn die Schilddrüsenfunktion wiederhergestellt ist. Dieser Test ist eine Entscheidungshilfe bei der Frage, ob die Schilddrüsenmedikamente abgesetzt werden können. Diese Information steht in der wissenschaftlichen Literatur ohne weiteres zur Verfügung, doch die meisten Ärzte führen keinen TRH-Stimulationstest durch, mit dem man ein eventuell mögliches Absetzen der Schilddrüsenpräparate feststellen könnte. Für den TRH-Test gibt es auch Kontraindikationen, zum Beispiel Epilepsie, Schwangerschaft und Herzerkrankungen. Die Schulmedizin kommt jedoch nicht umhin, den Einfluss der Veränderungen in der Lebensweise anzuerkennen, die das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen, stoppen oder umkehren können. Auf diesen liegt das Hauptaugenmerk im weiteren Verlauf des Buches. Eine Remission mit Rückkehr zu einer normalen Schilddrüsenfunktion ist möglich. Meine Geschichte Ich hatte sieben Jahre lang mit chronischer Müdigkeit zu kämpfen, bevor die Diagnose Hashimoto-Tyreoiditis gestellt wurde. Zuerst schrieb ich die Müdigkeit meinem Studentendasein mit anspruchsvollem Promotionsprogramm und unregelmäßigem Lehrplan zu. Doch nachdem ich das hinter mich gebracht hatte und ein regelmäßigeres Leben führte, lief ich von Arzt zu Arzt, um herauszufinden, was es mit meiner Müdigkeit auf sich hatte. Doch immer wieder bescheinigte man mir, dass alles normal sei. Die meisten vermuteten, dass ich unter Depressionen litt. Aber ich bin nicht depressiv, ich bin glücklich, lautete meine Standardantwort. Ich bin einfach nur sehr müde. Ich schlafe jede Nacht zwölf Stunden. Nach einigen Jahren gab ich mein Vorhaben, einen Grund dafür zu finden, einfach auf und akzeptierte, dass ich wohl einfach mehr Ruhe brauchte als andere Menschen, die ich kannte. Einige Jahre später stellten sich allmählich weitere Symptome ein, wie Angstzustände, Säurereflux, Haarausfall und ständiges Frieren. Ich brauchte nachts zwei Decken, im Süden von Kalifornien. Bei einer Untersuchung lag mein TSH-Wert bei 4,5 Mikrointernationalen Einheiten pro Milliliter, Normbereich 0,4 bis 4,0. Der Arzt meinte jedoch, ihre Schilddrüsenfunktion ist normal, es besteht keinerlei Handlungsbedarf. Die Antikörper wurden nicht bestimmt. Im folgenden Jahr ließ ich mich erneut untersuchen. Nun lag mein Thyreoidea-stimulierendes Hormon bei stolzen 8,0 Mikrointernationalen Einheiten pro Milliliter. Erst jetzt empfahl mir der Arzt, wegen der Schilddrüsenfunktion einen Endokrinologen aufzusuchen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich schon sieben lange Jahre mit den Symptomen einer Hypothyreose herumgeschlagen. Vielen Dank fürs Zuhören! Das ganze Hörbuch finden Sie unter dem Link in der Videobeschreibung. Um an der Verlosung teilzunehmen, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken und einen Kommentar zu hinterlassen.